Okay, Passa Leute, ich muss mir ein anderes Intro angewöhnen, damit ihr so eine geile Soundqualität habt. Herzlich Willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und zu einer weiteren Folge Stoffland Fluss. Let's go! Wir haben auch, glaube ich, eine Neuerung. Wir haben eine Neuerung, dazu werde ich gleich was erklären und es ist genau der passende Moment, um es jetzt zu erklären, denn wir haben Fluss. Fluss war in der Vergangenheit bei uns immer eine Schätzfrage, eine Rätselfrage und als Bestrafung musstest du immer Riechsalz ziehen, da wir aber so gut wie nie Riechsalz dabei hatten. Und selbst wenn. Und diese Schätz- und Rätselfragen immer so ein bisschen random, lame, komisch, weird waren, cringe waren. Kam nicht so gut an. Kam nicht so gut an, haben wir uns überlegt, machen wir aus Fluss was anderes. Ich werde dir jetzt bei Fluss immer random Fragen stellen, wo du deine Meinung einfach sagen kannst zu ganz verschiedenen Themen. So wie Was hältst du da von Coach? Genau, so wie wir das bei dem Video Was hältst du da von Coach gemacht haben. Ganz kurz, kennt ihr das Format noch? Weil wenn ja, wenn ihr es geil fandet, schreibt mal in die Kommentare, ob wir das wieder machen sollen. Ja, wir hatten Mythos oder nicht. Was hältst du da von Coach? Das sind alte Formate, die auch immer gut angekommen sind. Wenn ihr Bock drauf habt, dann können wir das auch mal wieder machen. Yes. Das ist eine gute Idee. Aber jetzt stelle ich dir die Flussfrage. Was hältst du davon? Von Jugendlichen, die geil auf Stoff sind, aber eine schlechte Genetik haben und trotzdem auf die Bühne wollen. Wow. Das ist ja ein sehr kompaktes Paket jetzt. Ja, so ein bisschen. Okay, also du hast so angefangen, dass es für mich schwierig war, was hältst du von Jugendlichen, die geil auf Stoff sind, das ist halt immer so eine Sache, das ist grundsätzlich in Frage zu stellen und aufzuklären. Und dann ging es weiter mit eine schlechte Genetik haben, da wurde es noch schwieriger, weil das bedeutet ja fast, dass ein Jugendlicher, der geil auf Stoff ist, das auch noch damit rechtfertigt, dass seine Genetik schlecht ist. Ja. Was Benedikt auch immer so ein bisschen versucht hat. Dann kam aber was anderes, was ich finde, das stellt die Sache in ein ganz anderes Licht, aber trotzdem auf die Bühne wollen. So. Weil ich finde, wenn ein Jugendlicher jetzt geil auf Stoff ist und eine schlechte Genetik hat, aber trotzdem auf die Bühne will, heißt das ja nicht, dass er jetzt sofort anfängt, Stoff zu nehmen, sondern das heißt, er hat ein großes Ziel, da will er irgendwann hin. Ja. Und mir würde halt nie einfallen zu sagen, boah, deine Genetik ist scheiße, du gehst nicht auf die Bühne. Ja. Es gibt Coaches, die machen das. Also ich weiß, sehr, sehr viele Coaches picken. Das heißt, die picken entweder komplett oder die picken unterm Radar. Komplett picken heißt, die nehmen Leute gar nicht an, von denen sie nicht glauben, sie haben eine Chance. So. Und das Nächste, was die meisten dann doch machen, ist, die nehmen sie an, aber scheißen komplett auf die, weil die das Geld von denen wollen. Und supporten dann wirklich nur die, die gut sind, genetisch gesehen. Ja. Das ist halt etwas, das ich zum Beispiel nicht mache und ich verurteile das auch. Ich persönlich finde es wichtig, wenn jemand auf die Bühne möchte, egal welche Genetik er hat, dann wird sich eben der Arsch aufgerissen, bis er soweit ist, das zu tun. Ja. Und das heißt, wenn jetzt jemand jugendlich und geil auf Stoff ist, aber auf die Bühne möchte, dann ist halt Fakt, das Erste, was er erledigen muss, ist ein Naturalwettkampf. Ja. Und ohne jetzt zu sagen, danach kann er auf Stoff gehen, das möchte ich damit gar nicht sagen, aber das wäre so der erste Way to go. Und die Vorbereitung dahin dauert Jahre. In der Regel ist derjenige dann schon fast nicht mehr jugendlich, hat eine kleine Wandlung durchgemacht. Wie gesagt, ein Extremfall war Benedikt, aber der war halt auch irgendwie schon mit 16 geil auf den Scheiß und ich habe das halt schon einfach so gut ich konnte rausgezögert. Aber normalerweise wäre es dann so, dass dieser Mensch eine, oder bei ihm war das auch so, dass dieser Mensch in der Zeit eine schon krasse Entwicklung durchlebt. Das heißt, er durchlebt eine Entwicklung in Bezug auf Mindset, Training, auch durch die Wettkampfdiät. In manchen Fällen fällt denen auf, so geil ist das alles gar nicht, vielleicht ist mir das doch too much. Mindestens bringt es jemanden zum Nachdenken. Ja. Und das heißt, wenn jemand eine scheiß Genetik hat, geil auf Stoff ist und auf die Bühne will, dann wird der halt erstmal natural auf die Bühne gehen müssen. Vielleicht nicht nur einmal und wird lernen müssen, was harte Arbeit ist. Und wenn er dann irgendwann immer noch meint, Stoff ist the way to go, dann ist das was anderes. Aber so aus dem Nichts, ey, ich will auf die Bühne, ich habe aber eine scheiß Genetik, ich nehme jetzt Stoff, das geht halt nicht. Ja. Du hast ja den Fall, den ich gerade, die Frage, die ich dir gerade gestellt habe, den hast du ja in Real Life schon mal erlebt jetzt durch Benedikt. Du bist ja das ganze Thema komplett durchgekaut und hast davon seitdem immer viel Kritik bekommen, hier und da, links und rechts. Hast du für dich selber aus dieser Erfahrung gelernt? Würdest du es in Zukunft anders machen oder hast du jetzt überhaupt gar keinen Vorwurf dir zu machen, stehst du immer noch voll und ganz dahinter, wie das alles passiert ist? Das ist eine gute Frage. Ich meine, wenn das Gleiche nochmal passieren würde, ein neuer Benedikt kommt zu dir, der heißt Hans und will auch unbedingt auf Stoff, der kommt mit 16 zu dir ins Coaching, will dann mit 18 auf die Bühne, Stoffen, Naturalwettkampf macht der, würdest du eins zu eins das alles nochmal so machen? Wenn es zu 100 Prozent die gleiche Geschichte wie mit Benedikt wäre, würde ich es mir überlegen. Aber das ist das, was ich halt ausschließe. Das war eine Einzelfallentscheidung, das muss ich ganz klar sagen. Ich kannte Benedikt seit über zwei Jahren und habe ihn extrem intensiv kennengelernt. Also wir hatten auch extrem intensiven Kontakt immer wieder. Ich habe Benedikt wirklich als Menschen kennengelernt und das wirklich sehr, sehr gut. Und die Entwicklung, die er gemacht hat, war für mich persönlich halt ausschlaggebend dafür und eben, dass ich halt Angst hatte, dass er es am Ende halt mit irgendjemand anderem macht. Vielleicht habe ich insofern daraus gelernt, dass ich das Risiko, das mir als Verantwortung und Bürde aufzuerlegen, dass ich jemandem jetzt so eine persönliche Bindung gebe und dann so wichtig für ihn werde, dass ich irgendwann auch in der Verantwortung stehe, zu sagen, ey scheiße, wenn er es nicht mit mir macht, mach das mit jemand anders so. Vielleicht würde ich aus dem Grund das Ganze eher ablehnen als früher. Ja. Aber insgesamt muss ich halt sagen, ich denke, dass es den Fall so nicht mehr geben wird. Das war eine absolute Einzelfallentscheidung. Ich habe mit vielen Jugendlichen danach und davor auch schon gesprochen, die die gleichen Pläne hatten und ich bin halt ein sehr guter Menschenkenner und jeder, der Benedikt eine Weile folgt, der versteht, was ich meine. Es hat sich halt herauskristallisiert, dass er halt einfach anders ist. So und das, was er so macht, um Leute aufzuziehen und auch so ein bisschen zu polarisieren, das macht er auch klug. So manchmal geht es zu weit, sehe ich auch so, aber er ist, ich glaube, viele Leute, die meisten, die schlecht über ihn reden, die reden nur über ihn, weil sie von ihm gehört haben. Niemand, der sich seinen Content eine Weile anguckt, redet sehr schlecht von ihm. Und ich glaube, das ist so, was ich halt gemerkt habe in der Zeit, wie ich ihn kennengelernt habe, das ist so eine Einzelfallentscheidung gewesen, weil er halt besonders ist in meinen Augen. Und dementsprechend braucht sich da niemand Hoffnung machen, dass ich das nach Schema F wieder so mache. Es war nicht, weil wir uns zwei Jahre kannten und ich dann gesagt habe, jetzt nach zwei Jahren hast du die Prüfung bestanden. Nein. Und es war auch nicht, weil er irgendwas Besonderes gemacht hat. Es war einfach so eine intuitive Sache. Ja. Und nicht zuletzt eben auch die Angst davor, dass er von irgendjemand anderem verhunzt wird, wenn das passiert. Weil da draußen warten zehn Coaches, die in der Öffentlichkeit so tun, als würden sie nicht über Stoff reden und das verurteilen, was ich tue. Und die heimlich ihre Athleten vollballern bis oben hin. Und die warten auf jemanden wie Benedikt, der alles mit sich machen lässt, weil er ein Profi werden will und würden den bis zum Tode vollstoffen. Mit 26, like Dallas McCarver, also Gott hat ihn selig, stirbt er dann nach ein paar Profi-Wettkämpfen und sich scheißen drauf. Ja. Das wird bei mir nicht passieren. Und das ist eine Bürde, das sehe ich. Und dementsprechend weiß ich, ob allein diese Verantwortung und Bürde nicht in Zukunft für mich abschreckend wären. Wobei ich bisher das Gefühl habe, dass ich, also ich bereue nichts, was ich mit ihm getan habe. Ja. Wie er sich jetzt entwickelt, was für eine Persönlichkeit er ist, was für eine Dynamik wir haben. Er ist auch ein Freund für mich geworden. So, ähm, nee. Okay. Ich bereue den Fall mit ihm auf gar keinen Fall. Alles klar. Gut, das war sehr ausführlich. Vielen Dank dafür. Bevor das Ganze jetzt nochmal, ich dir noch Fragen dazu stelle und das Ganze zu sehr ausartet, würde ich die Community an dieser Stelle auch mal fragen, interessiert euch das Thema? Wollen wir nochmal mit Benedikt zusammen einen Podcast vielleicht machen, wo wir das Thema nochmal aufgreifen? Wenn nicht, dann lassen wir das einfach sein und verfolgen Benedikt weiterhin auf Social Media. Dort sieht man alles, was er macht und was er nimmt und was er trinkt und was er isst. Welche Jobs erkündigt. Ja. Okay. Du darfst bitte wieder drehen. Ja. Und? Ah. Land. Okay, wir hätten fast wieder Fluss gehabt, aber Land ist eine Trainings- und Ernährungsfrage. Warum essen Bodybuilder immer Reiswaffeln? Helft das trocken zu werden oder was hat das mit den Reiswaffeln auf sich? Das ist die Frage. Ja, das ist die Frage, ja. Schreibt mal in die Kommentare, warum ihr Reiswaffeln esst. Wisst ihr, warum ihr Reiswaffeln esst? Muss man das wissen? Warum essen Bodybuilder Reiswaffeln? Erstens, die meisten Bodybuilder, die so ein bisschen sich belesen, gesundheitlich und so weiter und so fort, wollen hochwertige Kohlenhydratquellen zu sich nehmen. Egal, was jetzt da draußen jemand behauptet oder nicht, Reis ist hochwertiger als Brot. So, das heißt, für viele Leute ist eine Reiswaffel ein hochwertigerer Ersatz in Bezug auf Kohlenhydrate als ein belegtes Brötchen. Deswegen gibt es auch Reiswaffel-Sandwiches, die, auch wenn viele das nicht glauben, sehr lecker sein können. So eine Reiswaffel mit Avocado und ein bisschen Hähnchen und Salz ist überlecker. Reiswaffeln mit Erdnussbutter, überlecker. Reiswaffeln mit Erdnussbutter und Banane, geil. Also, das heißt, das ersetzt so ein bisschen die Toasts und das Brötchen. Zusätzlich dazu, Reiswaffeln sind einfach aufzubewahren. Egal, wie lange du sie hast, du kannst sie immer irgendwo mitnehmen. Brot wird ja in der Regel zum Beispiel, was ich jetzt als direkten Vergleich stelle, wird sehr, sehr schnell irgendwie schlecht. Oder schmeckt nicht mehr. Und das ist halt das Ding. Reis ist eine der gesündesten und besten Kohlenhydratquellen für Bodybuilder mit Kartoffeln zusammen. Und sicherlich noch ein paar anderen, wie Haferflocken oder Rice Meal von mir aus. Klar, die Arsenbelastung steht irgendwie immer in der Kritik, aber darüber hatte ich sogar mal ein Reel gemacht mit einem Zertifikat. Und eben Fakten, wie viel Reis ist zum Beispiel in unserem Rice Meal, wie viel Arsen ist in unserem Rice Meal, wie viel Arsen ist in Reis, was kann man tun. Und das heißt, das ist für mich so alles ein abgeschlossenes Thema. Ich glaube, es ist praktisch, ist ein Brotersatz, hat gute Nährstoffe und ist halt oftmals auch ein Reisersatz, wenn man so will. Du kannst jetzt kein Reis essen, dann isst du Reiswaffeln. Das ist ein leckerer Snack und man, das ist paradox, du hast hier Reis und hast hier Reiswaffeln, aber es ist trotzdem eine Abwechslung. Der Geschmack ist einfach ein anderer. Ja, du hast Reis, Rice Meal und Reiswaffeln. Aber es hat jetzt keinen Effekt irgendwie auf den Look oder so, dass man dadurch trockener wird oder, keine Ahnung, mehr Pump hat, mehr, weiß ich nicht, was hat. Vorteil von Reiswaffeln gegenüber Reis, du brauchst kein Wasser. Also wenn du Reis zu dir nimmst, musst du immer auch Wasser zu dir nehmen, in Anführungsstrichen, oder auch mit Wasser anrühren, produzieren, nennen das Kochen. Das hat vor allem dann Effekte, wenn es bei einer Wettkampfvorbereitung Richtung letzte Tage geht für den Look, für das Wasser. Der Wasserhaushalt spielt eine Rolle, während du, wenn du sehr wenig Wasser hast, immer noch Wasser zu dir nehmen musst, um Reis zu dir zu nehmen, musst du das bei Reiswaffeln nicht. Deswegen ist bei Reiswaffeln so ein bisschen der Vorteil, dass du sie immer zu dir nehmen kannst. Und man sagt, weil es wie gepufferter, in Anführungsstrichen, roher Reis ist, dass du die Reiswaffeln zu dir nimmst und die in dir nochmal Wasser ein bisschen ziehen können. Dass die dir Wasser wegnehmen. Okay. Sich dadurch trockener machen. Verstehe. Inwiefern das wissenschaftlich standhalten kann, sei mal dahingestellt, Fakt ist, in der Praxis funktioniert. Das heißt, das liegt sicherlich auch daran, dass du eben trockenen Reis zu dir nimmst und die Abstinenz von Wasser halt weiter halten kannst. Und deswegen sind Reiswaffeln eigentlich immer ein sicheres Mittel, Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, ohne Wasser, wie du es bei Reismeal oder auch Reis müsstest. Okay. Vielen Dank für die Antwort. Dann würde ich sagen, noch einmal drehen wir. Yes. Dann ist die Folge gleich rum. Ah. Da, 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 da. Da ist sie. Zu guter Letzt gibt es eine Stofffrage. Neulich war auch ein Kommentar, dass es nur noch Stoff geben soll, ne? Ja. Stoff, Stoff, Stoff. Machen wir vielleicht auch irgendwann mal. Woran erkennt man, dass die Reids, die man sich gegönnt hat, original sind oder Fälschungen? Rückfrage, was heißt Fälschung? Fälschung heißt, es ist ein Untergrundlabor, das aber trotzdem den Wirkstoff enthält. Es ist aber nicht die Marke, die ausgegeben wird. Wenn man ein Aufkleber von Rotex Medica zum Beispiel drauf ist, aber es ist kein Rotex Medica. Aber es ist ein anderes Roid, das genauso funktioniert. Ja. Oder es ist wirkungslos. Es ist vielleicht genau so, weiß man ja nicht, was die da im Untergrundlabor machen, aber es ist nicht die Marke, die sie verkaufen. Alles klar. Also woran erkennst du Fälschungen? Punkt 1. Wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel Rotex Medica hast, ein Apothekenprodukt von Testosteron, das bekannt und begehrt ist. Und du kaufst ein Rotex Medica, das genau den gleichen Aufkleber und alles mögliche hat, den gleichen Beipackzettel. Du injizierst es, du hast erstmal vielleicht sogar nachweislich im Blutbild einen Anstieg deines Testosterons. Also es ist auf jeden Fall auch Testo. Dann kannst du es nur dadurch merken, wenn das Präparat irgendwie mit schlechtem Öl angemischt wurde und deine Haut reagiert. Und das wäre normalerweise nicht passiert. Da brauchst du aber den direkten Vergleich. Oder, was du halt auch merken kannst, und das ist dann fast der einzige Weg, der dir bleibt. Du musst quasi das Testosteron in ein Labor einschicken, das das testen kann. Und du musst auch ein Rotex Medica einschicken zum Testen. Und dann müssen die beiden genau den gleichen Wirkstoffgehalt aufweisen. Aber ganz genau den gleichen, weil das ist ja genormt. Und nur dann. Du brauchst also ein echtes Rotex Medica, um das rauszufinden, ob es genau das ist. Aber ich finde, die Frage ist so ein bisschen Banane, weil, angenommen, es ist halt scheiße, dass du zu viel bezahlst. Du kaufst einen Rotex Medica und es ist keins, dann hast du halt zu viel bezahlt. Du hättest weniger bezahlen können. Aber wenn da auch wirklich Testosteron drin ist und dieses Testosteron für dich nebenwirkungsfrei funktioniert, wie ein Rotex Medica, dann ist doch im Endeffekt alles okay. Das heißt, das Einzige, was hier leidet, ist der Geldbeutel. Und das ist natürlich ärgerlich. Aber es wird halt ab dem Punkt unschön, ab dem es eine schlechte Fälschung ist in Bezug auf Verunreinigungen und alles Mögliche. Du starke Hautausschläge bekommst. Du vielleicht auch extrem starke Roid-Kater genau jedes Mal an der Stelle hast. Das alles kann passieren, obwohl das Zeug wirkt. Das heißt, du kriegst auffällig starke Roid-Kater bis hin zu vielleicht Abszessen, Verunreinigungen, extreme Hautausschläge. Dein Immunsystem reagiert jedes Mal extrem, wenn du es dir injizierst und du merkst einfach, der Stoff funktioniert halt. Aber ich bin irgendwie so nebenwirkungsübersät, dass ich mich doch mal fragen sollte, bin ich das, der so auf den Stoff reagiert? Auf jeden? Oder ist es vielleicht das Präparat? Und es ist immer, wenn du solche Fälle hast, die auftreten, ist das Erste, was du dich immer fragen solltest, ist es vielleicht das Präparat? Und dann musst du es wechseln. Und dann wirst du sofort wissen, ob es so ist. Wenn du insgesamt auf Testosteron so reagierst, wird das so weitergehen. Wenn es jetzt nur das Trägerhüll ist oder eine Verunreinigung oder was weiß ich, dann wird es zumindest anders. Und so kann man das relativ schnell regeln. Okay, danke für die Info. Dann würde ich sagen, bringen wir die Folge zum Ende. War interessant, hat Spaß gemacht. Danke dafür. Alles klar. Dann danke für eure Aufmerksamkeit. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie fandet ihr denn jetzt die neue Rubrik Fluss? Wie hat euch das gefallen? Und ansonsten schreibt in die Kommentare, was ihr hier gerne behandelt hättet. Seid ihr bei irgendwas überhaupt nicht meiner Meinung gewesen, dann schreibt es bitte auch gerne in die Kommentare. Und ansonsten gönnt euch mein Merch auf coachironmic.com. Kriegt ihr zum Beispiel noch ein paar wenige von diesen brachialen Ästhetisch-Shirts. Fuck BMI ist fast restlos ausverkauft. Nur noch ein, zwei Exemplare in XXL. Ein Schwarz sind da, Weiß ist komplett weg. Und ein paar wenige Schwarzen in S. Und ansonsten könnt ihr noch ein bisschen gucken, was da alles noch da ist für euch. So könnt ihr mich supporten. Coaching-Anfragen natürlich auch dahin. Code Mike10 bei BigZone, um mich zu supporten. Und Code Mike10 auch bei Planet Food Store für geilstes Fleisch. Tiefgekühlt zu dir nach Hause. Beste Qualität. Und Code Iron Mike bei Smilodox. Also, schaut da rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Und wir sehen uns beim nächsten Mal.